In diesem Video schauen wir uns die 13 Spezialerweiterungen an, also Fahrplanfahrten, Lackierungen oder auch komplett neue Modelle. Das Ganze aus dem deutschsprachigen Raum. Und ja, Daftair Games verkauft immer noch eine Lackierung, die es genauso im Creators Club gibt, für 13,99€. Doch darum geht es erst später und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Sortiert habe ich das Ganze nach dem Preis. Dabei sind so ungefähr drei Preiskategorien herausgekommen. Einmal für 3,50€ bis 6,00€, dann 11,99€ und das teuerste sind 13,99€. In jeder Kategorie gibt es mindestens zwei DLCs, allerdings ist die für 13,99€ die eindeutig am größten. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt erst einmal mit der günstigsten Erweiterung, und zwar dem New Journeys Expansion Pack für die Schnellfahrtsstrecke Aachen-Köln. Für 3,59€ bekommt ihr hier die Baureihe 423, die wir von der Hauptstrecke München-Augsburg kennen, in der S-Bahn-Köln-Darkierungen. Dazu gibt es viele Fahrplanfahrten als S-Bahn und sogar drei extra Szenarien, die ihr auf der Schnellfahrtsstrecke Köln-Aachen durchführen könnt. Von mir bekommt die Erweiterung 7 von 10 Punkten. Man muss eben immer bedenken, das Ding kostet nur 3,59€. Ihr bekommt neue Fakus-Informationsanzeigen, diese Lackierung, die Fahrplanfahrten und sogar drei Szenarien. Und ich finde, da etwas mehr als 3,50€ sind gerechtfertigt. Gleichzeitig muss man beachten, das kann man nicht mit einem neuen Fahrzeug vergleichen. Die kosten dann ja allerdings teilweise das Dreifache oder so. Und der Innenraum ist übrigens auch gleich zur Hauptstrecke München-Augsburg. Also nicht ganz realistisch. Deshalb auch nicht die volle Punktzahl. Fast das Gleiche gibt es auch für die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg mit der Baureihe 182 in der Dispolok-Lackierung. Die Baureihe 182 oder auch Tauchus genannt, kennen wir ebenfalls schon von einem extra Fahrzeug-DSC, das man unter anderem auf Rapid Transit nutzen kann. Und da hier in diesem DSC ist im Prinzip nur die Lackierung neu, allerdings bekommt ihr genauso wie beim vorherigen DSC natürlich auch die Lok mit dazu. Beinhaltet sind ebenfalls drei Szenarien und diesmal allerdings nur acht Fahrplandienste, wie gesagt für die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Kosten tut das Ganze allerdings 5,99 Euro, obwohl das ja fast das gleiche Niveau ist wie die New Journeys Expansion, also von den Features her ähnlich. Gleichzeitig ist der Preis wie gesagt ja 40-30% teurer, weshalb diese Erweiterung nur vier von zehn Punkten bekommt. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der noch keinen Taurus hat, um überhaupt eine Variante zu haben. Falls man allerdings schon die Taurus hat, muss man sich wirklich überlegen, ob sich das hier lohnt. Ein etwas anderes Konzept haben wir beim letzten DSC aus diesem Preisbereich, und zwar dem ICE 3 in Railroad Lackierung und auch dem ICE 1 in Railroad Lackierung. Das beides gibt es in einem Paket für 5,99 Euro zu kaufen. Dazu gibt es extra zwei Szenarien für die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Wie gesagt, diese zwei Lackierungen und auch zusätzliche Trainingsmodule, allerdings keine extra Fahrplanfahrten. Also es ist im Prinzip nur eine Lackierung mit nochmal zwei Szenarien und mehr Trainingsmodulen. Das Ganze kostet genauso wie das vorherige DSC 5,99 Euro. Bei diesem DSC würde ich ebenfalls vier von zehn Punkten geben, da das ja relativ ähnlich, sowohl preislich als auch inhaltlich, zur Baureihe 182 Dispo-Lock ist. Nur eben, dass es hier keine extra Fahrplanfahrten gibt, sondern zusätzliche Trainingsmodule. Kommen wir nun in die mittlere Preiskategorie, also 11,99 Euro und hier haben wir nur zwei DSCs, die beide für die Arosa-Line sind. Beginnen wir erst einmal mit der älteren Erweiterung, und zwar der RHB Anniversary Collection. In dieser gibt es ganze fünf neue, meiner Meinung nach auch durchaus schöne Lackierungen, für die GE442-Lokumative von der Arosa-Line. Dazu gibt es noch einen Aussichtswagen in weiß-gelber Lackierung, mit dem ihr auch zusätzliche Fahrplanfahrten absolvieren könnt. Und es gibt sogar fünf neue Szenarien, sowie ein paar Extras neben der Strecke, sowie am Zug, das betrifft vor allem weihnachtliche Deko. Und ich muss wirklich sagen, so stelle ich mir ein kleines und gutes Erweiterungspaket vor, also Lackierungen, Szenarien, zusätzliche Wagen und Fahrplanfahrten. Weshalb diese Erweiterung von mir die 8 von 10 Punkten bekommt. Es ist nicht ganz die volle Punktzahl, da ich finde, 11,99 Euro ist ein bisschen zu teuer. Vielleicht hätte man da so in Richtung 8,99 Euro gehen müssen. Allerdings für Leute, die sowieso gerne auf der Bahn fahren, meiner Meinung nach ein Must-Have. Und mit der zweiten Erweiterung geht es ähnlich gut weiter, und zwar dem Arosa Aggregates Pack. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass hier der Güterverkehr auf der Arosa Line eingeführt wird. Das betrifft vor allem den Steintransport. Dazu gibt es die neuen FAC-Wagen, also wo ihr Stein lagern könnt, und zwei neue Lackierungen der GE442. Also falls ihr beide Erweiterungen für die Arosa Line besitzt, habt ihr insgesamt sechs Lackierungen für die Lokomotive. Gleichzeitig gibt es wieder fünf zusätzliche Szenarien, und diese sollen sogar relativ gut sein. Also das beinhaltet unter anderem das Abholen von Postbeuteln und anschließende Lagern im Gepäckwagen, oder auch von Briefkästen, also wirklich mal was ganz anderes. Diese Erweiterung bekommt von mir ebenfalls 8 von 10 Punkten, da ich sie ähnlich gut finde wie das vorherige Paket. Nur eben wieder der Preis ist etwas kritisch von 11,99 Euro, wie gesagt 8,99 Euro oder ähnlich, wären meiner Meinung nach angemessener, aber das geht schon so in Ordnung, falls man wirklich die Strecke mag. In die höchste Preiskategorie einsteigen, tun wir mit dem Baureihe 101 Log Add-On. Hier ist, wie es der Name schon vermuten lässt, die Baureihe 101 enthalten, inklusive zwei Typen von Intercity-Wagen. Das sind einmal die Abteilwagen, also 1. Klasse, und die ganz normalen Reihenwagen, also 2. Klasse. Und mehr ist auch schon nicht enthalten, man muss Dovetail Games zugutehalten, das was sie gemacht haben ist relativ gut, der Sound von den Türen, von der Lokomotive etc. ist gut gelungen, das Fahrgastinformationssystem an den Wagen oder auch im Wagen funktioniert gut, die Abteilwagen sind schön umgesetzt, generell von innen ist das echt gut gestaltet. Allerdings, wer den Intercity nur etwas kennt, weiß, dass Steuerwagen fehlen und auch Speisewagen. Das ist meiner Meinung nach sehr schade, denn dies könnte hier durchaus das beste Log Add-On sein, was es für Trains in World gibt. Allerdings hat man sich entschieden, nur die Lok und zwei Wagen Typen umzusetzen, was meiner Meinung nach den Preis von 13,99 Euro nicht angemessen ist. Ich persönlich mag den IC1 sehr, weshalb ich mir das DLC auch geholt habe. Und um ehrlich zu sein, kann man diesem DLC leider nur 7 von 10 Punkten geben. Die Lok ist gut umgesetzt und auch die Hälfte der im echten Intercity verbauten Wagen sind da. Allerdings, wie gesagt, die andere Hälfte, also Speisewagen und Steuerwagen fehlen leider. Dass der Steuerwagen fehlt, ist natürlich auch vor allem für den Fahrplanmodus sehr nervig, denn man kann nicht einfach drehen. Also, ich glaube, auf einigen Strecken gibt es den Intercity im Sandwich-Betrieb. Das ist natürlich relativ unrealistisch, da das in Realität zwar auftritt, allerdings nur sehr selten. Kommen wir nun zu einer Lok, die wir vorhin schon mal so ähnlich gesehen haben, und zwar der Taurus. Hier jetzt allerdings in der normalen Variante, also nicht die Dispo-Lock. Dieses DLC enthält auch nur die Baureihe 182. Die ist meiner Meinung nach relativ gut umgesetzt. Und man kann sie auch auf mehreren Strecken fahren. Also Rapid Transit ist dabei, ich glaube auch Hamburg-Lübeck kann man die fahren oder noch einige andere Strecken. Nachteil ist hier allerdings der Preis, und zwar 13,99 Euro. Denn ihr bekommt zum Beispiel die MRCE Taurus, also die, die vor allem für den Güterverkehr verwendet wird, kostenlos zu einigen Strecken dazu. Und die Dispo-Lock Taurus für gerade einmal 5,99 Euro, also den halben Preis. Deshalb bekommt dieses DLC von mir auch nur 5 von 10 Punkten. Das liegt vor allem am Preis. An sich ist die Lok gut umgesetzt. Weiter geht es jetzt mal wieder mit einer Güterzug-Lokomotive. Und zwar der Baureihe 155. Dieses DLC ist ebenfalls für 13,99 Euro zu haben. Und es beinhaltet, wie gesagt, die Baureihe 155 in der verkehrsroten DB-Lackierung. Dazu gibt es extra Fahrplanfahrten für Ruhr-Sieg Nord und die Mainz-Spessert-Bahn, inklusive 3 Szenarien auf Ruhr-Sieg Nord. Ich habe zwar diese Erweiterung nicht, allerdings höre ich immer von anderen, dass das mit einer der besten Güterzug-Lokomotiven überhaupt sein soll. Der Sound, wenn man den Lüfter manuell einschaltet, soll wirklich richtig gut sein. Ich kann das nicht selber einschätzen, aber es scheint so, als würde das DLC durchaus sehr gut sein. Weshalb es von mir die 8 von 10 Punkte bekommt. Denn wir haben Szenarien, Fahrplanfahrt, das Modell, guten Sound. Ich weiß gar nicht, ob noch guter Zugwagen dazu sind, aber ich glaube sogar sind noch ein paar dazu. Und natürlich auch PZB und Sifa sind mit an Bord. Doch vielleicht habt ihr jetzt nicht Lust, nur Güterverkehr zu machen und sucht so ein bisschen ein Mix aus ICI 1, also Baureihe 101 und Baureihe 155. Und da gibt es tatsächlich auch eine Lösung und zwar die Vectron, aka Baureihe 193. Denn diese ist mit TSW 4 in die Trains im Wirtwelt hervorgestoßen und kann man jetzt unter anderem auf nahverkehrte Resten fahren. Allerdings aktuell meines Wissens nur die Güterfahrten auf Dresden-Riesa. Denn die Baureihe 193 ist hier in der Railpool-Lackierung dabei. Die werden ja auch in Realität vor allem für den Güterverkehr genutzt. Und dazu gibt es auch noch die sogenannten VTG-Güterwagen. Fahrplanfahrten könnt ihr dann vor allem auf Dresden-Riesa machen und es gibt wie gesagt auch ein paar Szenarien extra. Kosten tut das Ganze 15,99 Euro. Falls ihr das Ganze allerdings im deutschen TSW-Bündel kauft, kostet es nur 14,39 Euro extra, also minus 10%. Ich habe das jetzt nicht extra in eine neue Kategorie gemacht, da die ja ungefähr noch in der gleichen Preiskategorie wie die anderen folgenden Lokomotiven mitspielt. Ich gebe diesem DLC 7 von 10 Punkten. An sich ist die Umsetzung durchaus gut. Allerdings wäre es natürlich noch besser, wenn man zum Beispiel Eurocity fahren könnte oder einfach Intercity-Wagen im Fahrplanmodus. Natürlich kann man sich das alles spawnen bzw. im Zugverbandsdesigner selber zusammenstellen. Allerdings so eine Lösung direkt von DTG wäre ganz schön. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass die Lok in Zukunft auf noch mehr Strecken eingesetzt wird. Und dann könnte man durchaus nochmal das Rating erhöhen. Allerdings aktuell meiner Meinung nach wie gesagt nur eine 7 von 10. Das ehemalige Gesicht des Rangierbetriebs in Deutschland gibt es allerdings schon wieder für 13,99 Euro und zwar die Baureihe 204 oder auch V100 genannt in der verkehrsroten DB-Lackierung. Obwohl das DLC schon einige Jahre auf dem Buckel hat, können die Innen- oder auch Außenansicht weiterhin mit den neuen DLCs mithalten. Dann eingesetzt werden kann die Baureihe 204 vor allem auf der Mainz-Spessart-Bahn. Dort gibt es auch zusätzliche Szenarien, Fahrplanfahrten und auch Trainingsmodule. Sicherungssysteme sind natürlich auch wieder verbaut und auch ein paar spezielle Sachen wie zum Beispiel, dass man die Bremsmodi ändern kann. Insgesamt bekommt das DLC von mir 8 von 10 Punkten, da im Prinzip so alle Grundvoraussetzungen da sind, also Fahrplan, Modus, Szenarien etc. Allerdings würde ich mir wünschen, genauso wie bei der Vectron, dass man dieses Fahrzeug auch noch auf mehr Strecken einsetzen kann. Ja und nun sind wir auch schon so ein bisschen beim Problemkind von Trains im Wild angekommen und zwar der Baureihe 187. Diese wurde ehemals für die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen entwickelt, kann allerdings auch auf anderen Strecken wie Nahverkehr Dresden eingesetzt werden. Enthalten sind ebenfalls drei Güterzugwagen und natürlich die Baureihe 187 in verkehrsroter Lackierung. Falls ihr schon einmal von diesen DLC gehört habt, dann vermutlich eher im negativen Kontext, denn es gibt einige negative Punkte, die zwar teilweise inzwischen verbessert wurden, allerdings glaube ich wird an der Baureihe 187 aktuell auch nicht mehr gearbeitet. Vor allem zu Beginn scheint es aber sehr schlecht gewesen zu sein. Das betrifft vor allem den Sound, also Horn, Anfassound etc. Dann funktioniert die Lok teilweise auch nicht, also das betrifft vor allem AFB oder teilweise auch die Bremsen, die irgendwie nicht das machen, was sie sollen. Und für das Ganze wird 13,99 Euro verlangt, weshalb diese Erweiterung bei der Community sehr schlecht angekommen ist. Aktuell gibt es diese Lok schon für 7,97 Euro, also knapp unter 8 Euro im deutschen Bündel für TSW 4 zu haben. Trotz dieses eher niedrigen Preis bekommt die Lok von mir nur eine 4 von 10. Ich weiß, dass vielleicht einige von euch sogar noch niedriger gegangen wären. Allerdings muss man beachten, es sind Szenarien, Fahrplanfahrten und auch Trainingsmodule für Köln-Aachen dabei. Inzwischen wurde ja auch vieles gefixt, also vor allem in Bezug auf Funktionsweise. Klar ist es noch nicht perfekt, deshalb eben auch nur 4 von 10. Aber zumindest so schlimm wie am Release ist es auf jeden Fall nicht mehr. Kommen wir nun zu einer Lok, die gefühlt im großen Teil der Community gar nicht bekannt ist. Und zwar der DBG-6. Das ist ebenfalls eine Rangier-Lok und könnte man so ein bisschen als Nachfolger der Baureihe 203 oder auch V100 sehen. Diese Rangier-Lok kostet ebenfalls 13,99 Euro und es gibt Fahrplanfahrten, Szenarien und Trainingsmodule für die Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Allerdings dort auch nicht so viele und auf anderen Strecken bin ich mir nicht ganz sicher, denn ich habe die Lok leider auch nicht. Allerdings habe ich in letzter Zeit nicht irgendwie gehört, dass auf irgendeiner Strecke die DBG-6 eingesetzt werden kann. Generell kann man sagen, dass falls man so ein bisschen eine modernere Rangier-Lok sucht, das durchaus eine gute Alternative zur eher älteren V100 ist. Gleichzeitig ist das Aussehen glaube ich durchaus Geschmackssache, weshalb die Lok von mir nur eine 6 von 10 bekommt. Ja und nun sind wir auch schon bei der zu Beginn erwähnten Baureihe 363 in Verkehrsroder Lackierung angekommen. Dies ist ebenfalls eine Güterzug- bzw. Rangier-Lokomotive und wird auch V60 genannt, ist ebenfalls ein Nachfolger von der V100. Und es werden drei Szenarien, Fahrplanfahrten und Trainingsmodule für die Strecke Ruhr-Sieg-Nord mitgeliefert. Außerdem kann man die V60 auch noch auf anderen Strecken nutzen. Doch falls ihr diese DLC nicht besitzt, ist euch so eine ähnliche Lok vielleicht schon mal aufgefallen. Und zwar die Baureihe 363. Ja, das ist genau der gleiche Name und ja, das ist genau die gleiche Lok und ja, das ist genau das gleiche Modell. Und ja, das gibt es bei vielen Strecken kostenlos dazu. Nur dass die Lackierung dort im Blau ist und für einige Strecken etwas weniger Fahrplanfahrten gibt es. Also, um es jetzt mal hart auf hart zu sagen, Dafter Games verkauft uns hier eine Lackierung mit ein paar Fahrplanfahrten, die man genauso mit der anderen Lokomotive machen kann, für fast 14 Euro. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Ich meine, das ist natürlich komplett überteuert. Ich könnte mir vielleicht einen Preis hier von 5 Euro oder so vorstellen. Also, wirklich 14 Euro ist halt wirklich viel zu weit drüber geschossen. Deshalb bekommt das DLC von mir 2 von 10 Punkte. Ich habe jetzt keine 1 von 10 gegeben, da es eben noch die Fahrplanfahrten gibt und die Lackierung auch durchaus schön ist. Außerdem sind ja Fahrdynamik und Sound genauso wie bei der anderen Baureihe 363 durchaus sehr gut gelungen. Aber wie gesagt, komplett überteuert. Deshalb 2 von 10 möglichen Punkten. Das Resultat meiner Bewertung kann man sich jetzt hier ansehen. Ich habe das chronologisch wie im Video geordnet. Die Namen habe ich jetzt nicht mehr dazu geschrieben. Allerdings seht ihr hier immer erste Preiskategorie, zweite Preiskategorie und die dritte Preiskategorie. Nochmal die Preise drunter geschrieben. Und dann hier die Punkte, die ich jeweils vergeben habe. In der ersten Preiskategorie waren es ja 3, dann 2 und im letzten, ich glaube 7 oder so. Müsste ich nochmal nachzählen. Und hier rechts ist ein Durchschnitt aus allen Punkten von dieser Preiskategorie. Dabei sieht man, dass eindeutig die zweite Preiskategorie am besten abgeschnitten hat. Deutlich darunter ist dann die dritte Preiskategorie mit ca. 5,8. Und die erste Preiskategorie hat gerade einmal 5. Hier sieht man wieder, dass ein Mittelmaß meistens ganz gut ist. Das sind beides hier die Arosa-Packs. Die haben mir relativ gut gefallen. Gleichzeitig sieht man ja auch Ausreißer nach unten. Hier unten mit der Baureihe 363. Doch falls ihr schon einmal in Trains im World Intercity gefahren seid, habt ihr auch schon mal vom Diesel Intercity gehört? Wenn nicht, dann klickt euch gerne ins obere Video oder in das automatisch ausgebete Unten. Dieses Video hat wieder relativ viel Zeit benötigt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt und auch Feedback in die Kommentare schreibt, was man besser machen könnte und was auch schon gut war. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.